Warum solltest du dir so einen tollen T-Loot Holzgasofen anschaffen? Das ist eine gute Frage. Erstmal würde ich sagen, wenn es keinen Strom und kein Gas mehr gibt, hat man natürlich immer noch eine Kochstelle zur Verfügung. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Aspekt. Und zweitens kann man den super gut mit zum Camping nehmen, mit dem Wohnwagen unterwegs oder mit dem Zelt. Man hat immer eine Kochstelle da. Und im Vergleich zum Gasofen hat dieser Ofen den Vorurteil, dass du immer nur so ein kleines Paket Pellets mitnehmen musst. Das heißt 5 Kilo, 10 Kilo. Das ist nicht viel Gewicht. Die Holzpellets wiegen kaum was. Und du hast also mit einer Füllung von 2 Liter Pellets oder 2 Kilo, kannst du also locker 10 bis 15 Liter Wasser erhitzen. Und das ist nicht wenig. Wir haben eine Aktion gestartet. Zwei für ein heißt die. Und das heißt, wenn du einen kaufst, bezahlst du einen für dich. Und ein Ofen geht an eine Familie in den Himalaya, damit auch die holzgasfrei mit ihrem neuen Teelutofen heizen können. Im Himalaya haben wir ja wirklich das Problem, dass die Leute da mit Benzinkochern arbeiten oder mit Feuerholz direkt im Haus, in der Küche. Die ganze Bude qualmvoll. Und mit dieser Technik hier ist das Problem gelöst. Das heißt weniger Krankheiten durch das Einatmen von Kohlenmonoxid. Ja, das hat seinen wirklichen Vorteil, dass die Leute da eben halt länger und besser leben. Gut, und für dich ist es natürlich auch ein tolles Ding, so ein Ding zu Hause zu haben. Vom Material her perfekt verarbeitet und muss einfach zum Equipment dazugehören. Für Notfälle oder für Krisenzeiten. Okay, also ich schlage dir jetzt vor, du gehst auf unsere Webseite, wenn du nicht schon drauf bist und bestellst einfach mal. Einen für dich, einen für Himalaya oder vielleicht auch zwei für dich. Oder zwei für Himalaya. Okay, wir sehen uns wieder. Alles klar, vielen Dank. Tschüss.